Hallo und Willkommen zum Let's Play von MacPixel Und los geht's Story Mode Chapter 1 Nehmen wir mal die Tür hier direkt Und los geht's Hm Demgeben Der schlägt uns das geht kaputt Oh das ist sogar richtig beim ersten Mal das hatte ich schon nie Dürrm 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 Um die Tür auf und er fliegt raus Das stimmt man nicht Und falls ihr es nicht weiß Falls ihr nicht wisst wer ich bin Ich bin Piranha Der im Netzbild schon mal mitgemacht hatte Und der auch weiterhin dort mitmachen wird Eigentlich gehört der Kanal ja mir aber da ich gesagt habe Dass ich nicht alles alleine machen kann Hab ich mir ein paar Leute in Zukunft holt Und ja so sind wir eigentlich zustande gekommen Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Lassen wir dir Daran Das frisst Das frisst das sehr lang Und wir wollen doch Okay Das war nicht richtig Ich muss es abholen Das weiß ich nur So Mal die Bomben entfernen Bisschen dämlich Los Wie geil 18 mittel die ditte 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 so ok macht ich wirklich wir sind und dann haben wir dieses lade auch verloren von ich frage was ich noch so und letztlich mache ich werde noch nichts links von slendermann werde ich versuchen zu machen nämlich ob ich das alleine mache oder mit jemand anderem das weiß ich nicht genau vielleicht mit dem liebten abison oder mit unserem das kendo 1 das weiß ich nicht aber wir werden ja sehen im end können sagen ich mache es nicht gerne alleine für mich der einzige sein der erstreckt wenn der folge steht ich würde mal interessieren ob ihr auch schon mal slendermann gespielt habt oder mit pixel mit dem feuerlöscher schlussend vollständig kippen voll in den kopf oder das ist richtig gut und das hätte ich nicht gedacht dass das richtig ist jetzt ich weiß jetzt nicht genau ob man den sound von mcpixel hört aber das werde ich ja sehen in dem 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 und das ist glaube ich richtig ja das ist richtig und bonus ich weiß nicht was ich mir machen soll hier ich frage mich gerade was das bringen soll diesen bonus runde der wenn es jemand weiß in die kommentare schreiben bitte und das ist richtig ich glaube dass das wichtig ist mit pixel dann spielt das hier und und da dann safe today da 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 ich bin ein bisschen müde aber um wie viel um es ist um ein uhr nachts aufzunehmen ja das ist ein bisschen komisch ich weiß aber es musste sein da ich sonst keine zeit hatte während ihr wahrscheinlich das video schaut bin ich nicht mehr daheim bin wahrscheinlich auf einem neuer empfang vom bürgermeister bei uns im ort ja wahrscheinlich vielleicht bin ich bis dahin auch wieder zurück ist kann gut sein kommt doch auch wie schnell mein pc ist hoch mit ja haben wir den noch und weg ist er das die 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 in die kommentare Ob es euch gefällt, ob ich es ganz sein lassen soll Aber bitte werdet nicht zum Hater Bitte, bitte, bitte nicht Ihr könnt gerne die anderen auf dem Kanal haten Und nicht mich Nein, natürlich nicht Bitte hat es möglich keinen, weil Ich finde es nicht schön Ja, ich kenne das Gefühl gehadet zu werden Und ja, es ist nicht wirklich gut Ich habe mal beim Let's Play so gerne mitgemacht Irgendwo eine Zeit lang Und dann war ein Hater drauf Und ich weiß, wie sich das anfühlt Wenn dann ganz viel Arbeit gemacht Mühe gemacht Und dann kommen Leute, die sich haten Und das ist nicht wirklich das Beste Daher, wenn ich es nicht gut finde Nicht haten, sondern einfach nicht angucken Es ist einfach wirklich das Beste Und ja, weil Ich würde sagen Wenn man hatet, ist man nicht mehr normal Ich will den Hater nicht beleidigen Aber ich finde, das ist halt nichts Normales Das ist etwas, was man nicht tun sollte Da es ja einfach nicht in Ordnung ist Weil man muss sich mal vorstellen Wie es der Person dann geht Er macht sich die ganze Arbeit Und dann wird er gehadet Und ja, das ist halt Ja, nicht das Allerschönste Daher Oh, das war falsch Also, wer in meiner Meinung ist Kann es gerne in die Kommentare schreiben Ich werde mich für jeden Der mit mir einer Meinung ist Ja, bedanken Ja, ich meine Ja, es ist halt nicht wirklich das Beste Wenn das so ist Daher Weil ich auch sagen kann Wenn ich gehätet werde, höre ich auch auf Und dann gibt es keine Videos mehr Und das ist dann Blöd für die Leute, die meine Videos gerne schauen Und daher lasst es bitte einfach Und wenn ihr euch das Video halt nicht gefällt Und ihr mich daher haten wollt Dann, ähm Dann schaut euch die Videos einfach nicht an Das ist doch so einfach, Leute Das ist doch Ja, das ist halt, ähm Besser als Dem Person dann weh zu tun Finde ich jetzt mal Weil es verletzt ihn mal schon ein bisschen Und da wir jetzt schon in Chapter 2 sind Beende ich hiermit die Aufnahme Tschüss, bis zum nächsten Mal